Du fußt mit der Sonne und legst deine Arme nach vorne vor dem Fuß zum Gebet. Die Sonne geht auf und du wischest dich der Sonne entgegen. Du wartest ein und wieder aus. Du verneigst dich von dem neuen Tag. Du versuchst mit deinen Händen den Boden zu bleiben. Dein Stier an der zeitarbeiterischen Kriege. Nun wirst du zu einem Krieger, in dem du's rechte Bein weit nach hinten aussetzt. Du blinkst in die Fernegewichte. Du atmest in deine stolze Brust tief ein und wieder aus. Auch der Krieger verneigt dich auf durch den Kopf der Sonne. Du blinkst nun auf in dein zweites Bein nach hinten und du starb wieder im Bett. Und du wachst auf einmal tief ein und wieder aus. Das Brett wird immer belieblicher und schlenkelt sich wie eine Kobra über den Boden. Du wachst auf einmal tief ein und wieder aus. Du wachst tief ein und wieder aus. Auf dem unten, wenn du ruhiger bist. Du bedankst dich für den schönen Tag. Und zum Abschluss sagst du in der Sonne noch auf Wiedersehen. Und nimmst die Arme wieder vor dem Rust. Vielen Dank.